Russell, du arbeitest zu viel. Ja, aber wer füllt den Kühlschrank, damit du was auf die Rippen kriegst? Los, komm! Wie viel hat er dir geliehen? 1.500. Ich hab bei mir nicht so viel Geld rumliegen, um dir da rauszuhelfen. Wollen wir nachher noch ein Trinken gehen? Klar, flüssiges Abendessen. Noch eins? Nein, ich warte auf meinen Bruder. Wir wollten uns hier treffen. Also warum zum Teufel willst du kämpfen? Weil ich das Geld brauch. Sei ein braver Junge und verpiss dich, oder muss ich dir eine Lektion erteilen? Gott, nee! Gott, nee! Wir konnten ihren Bruder nicht finden. Die Leute da oben in den Bergen haben ihre eigene Form von Gerechtigkeit und sind nicht gerade kooperativ. Der Anführer ist der Schlimmste. Er treibt sich da in den Bergen rum. Lass dich darauf bitte nicht ein. Um meinetwillen, du solltest dich da raushalten. Bei diesem Typ haben wir nur einen Versuch. Bist du dazu bereit? Ich bin der Bruder von Rodney Bates. Und ich gehe hier nicht ohne ihn weg. Vergib mir meine Sünden, oh Herr. Vergib mir meine Sünden. Vergib und vergiss, was wir einst waren. Guter Junge, hast ein gutes Herz. Hey Dad, hab dich nicht. Steh auf. Du hast fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schnell im BeInnen. Musik Obergefundschaft la Wir Client